hi freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf diesem kanal meisels heute spielen wir mal bad boss wieder und vielleicht ja danach auf die molja einmal jump world das tägliche jump and run so und ich bin gerade eine crew wie ihr seht und dann fängt jetzt mal eine du runde an ja guter plan okay angriff in der du runde los nicht im weg stehen plägen endlich plägen egal okay dann bis gleich wenn die runde anfängt und die runde hat angefangen so und heute spiele ich mal mit dem texture pack auf einmal lektos ob es nicht mehr so stark ja und deswegen kann ich jetzt mal mit dem texture pack spielen so das sind kürzere schwerter so irgendwie so ein china zeichen ist von einem youtuber ähm badless noob heißt der der macht auch bad wars of high pixel youtube ja ich finde eigentlich voll cool ich finde das bett so cool okay okay ah mein teampartner baut sich schon mal hin okay gut so hier da oben fast runtergefallen nicht gut okay rot macht bitte keinen fehler nein leider habe ich kein team mit uff was der zerstört es könnte sein dass ich einen guten teampartner habe oh oh mein gott ja das war mein fein schildeffekt das ist so konfetti was dann überall hinsprüht ähm grau was machst du da grau oh 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 sieht nicht gut aus was der da macht wenn er gleich gott britscht ich hole den da nee ich hole den jetzt da runter nee ich hole den jetzt da runter okay feuerball feuerball okay der ist jetzt nicht genau dann jetzt gestorben was achso mein team war ach das ist mir jetzt egal ich jetzt zu meiner base zurück falls hier ein block nicht im weg wäre okay nein das habe ich nicht kennt ihr das wenn ihr auch zu sehen feuerball abschießt und nicht block place das ist mir gerade passiert schön uff ich wollte einfach nur den roten block place möchten ich brauche naja egal auch man schon wieder fach okay dann wollen wir mal den nächsten angreifen so ich kaufe mir jetzt kurz mal eine eisenrüstung habe ich einfach jetzt schon genug gold nein das ist jetzt nicht nein 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 ich habe so einen guten tieper da bitte nicht bitte nein 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 du runde okay die davor haben wir wieder verloren naja ist ja nicht so schlimm okay aber die nächste du runde komm jetzt gewinnen wir doch mal naja bis gleich wenn die runde anfängt ah ich sehe gerade dass jemand anderes auch noch mit leben und online ist ah cool coole wings und so na cool bis gleich und die runde hat angefangen krass okay jetzt weiß ich kurz bis ich quill bin oh ich habe auch 61 sterne ja sehr cool ähm es würde mich freuen wenn ihr mich mit einem abo oder einem like unterstützen würdet weil ich bin relativ neu auf youtube ja und es würde mich sehr freuen ich würde mich darüber sehr freuen oh und schreibt auch server ips oder server namen in die kommentare welche ich mal besuchen soll welches server ich mal besuchen soll das wäre sehr interessant okay na okay cool gucken wie es aussieht krass okay okay respawned items gekauft los 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 angreifen nein geh okay komm komm ich glaube nicht komm mal schon nein vorsichtig teampartner ich werde so verkacken der wird traurig oh 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 nein man er hatte ein halbes leben komm schon man okay wieder respawned schnach ich geh einfach so los 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 hier rein okay wo ist er ich werde ihn nicht töten können ich bin zu schlecht entpept wir haben jetzt schon wieder verloren bett okay okay ich claim mal kurz mein reward so mal gucken was ist hm ja das ist 32.000 arcade coins krass bin ich immer noch eine kuh nö okay dann sehen wir uns gleich wenn wir auf timolia sind gleich und wir sind auf timolia so okay jetzt gehen wir mal kurz in eine jump world runde also keine runde in den tagstiger ja okay dann guck mal ist sogar ein bilder online okay grüß gehen schon mal raus okay ins portal rein so 1.2 blöcke jump run 1.8 von kali kalibo geargi ah von basti geargi wahrscheinlich so okay ich spiel jetzt mal mit dem picture pack auch wenn das vielleicht nicht so gut aussieht aber komm egal so komm gön ja oh jetzt soll ich zu weit springen so oh das sind wahrscheinlich sehr viele blöcke weil es ist halt jeder block aus der okay aus der 1.8 checkpoint checkpoint komm noch ein checkpoint gleich nein wieder ein block sprung ich mach kurz die sichtbarkeit weg so und ja checkpoint checkpoint was ist das für ein komm eigentlich ist der sprung leicht weil ich verkack ihn wieder ja apropos leicht okay ja 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 komm also was ist daran jetzt schuld was warum warum schaff ich das nicht so okay so das texture pack kommt noch aus dem halloween design das ja jetzt ist sehr alt noch halloween so so okay komm so krass 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 okay goldblock goldblock so so oh okay checkpoint obi checkpoint 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 nochmal nein ja ja checkpoint und wir sind beim glas bitte nicht runterfallen ja puh okay so so checkpoint oha checkpoint checkpoint weiter geht's noch mal checkpoint 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 oha gar kein Tod bisher jetzt ich sag grad gar kein Tod und dann passiert so her komm das war so klar boah die Wolken nerven gerade checkpoint quats nein ja ich bin über der Wolke über der Wolke ja hat man gesehen das ist jetzt nicht wieder passiert das man die einfachsten Sprünge verkacke ich aber die schwersten schaffe ich manchmal so oh checkpoint checkpoint mhm interessant rappen checkpoint oh checkpoint okay komm nochmal so checkpoint mhm krass krasse Sache so ja boah wie hoch ist die Strum Run wie lang er ist schon 3 Minuten schon drin 20 Tote oh man checkpoint was ist das ach komm schon nee bitte nicht ich ich ja oh mein Gott geschafft oh komm jetzt nicht runterfallen ja checkpoint hm ah das ist eine Barrier darunter wahrscheinlich so so okay gut wo ist die Golddruckplatte überhaupt als Ziel okay okay stimmt ja alle Blöcke aus 1.8 so hier runter okay boah wie viele denn noch geschafft okay gut habe ich herausgefunden wie das geht wohin nein zurückkommen doch nicht so so ja checkpoint wir sind beim Glas angekommen ja ich habe den Checkpoint aber noch berührt haha boah das Glas das kann man nicht so gut sehen wenn die Wolken da und da durch strahlen so hier hin da slime stimmt das ist ja noch nicht dran gekommen jetzt Teppiche das sind jetzt nicht wirklich Blöcke okay aber ist ja nicht so schlimm checkpoint nochmal checkpoint ja och nee kein Zaunsprünger gar keine Lust oho da kommt das Bett nein das Bett das wir ja so gut kennen na hä wart achso das muss doch richtig sein hm weil direkt aufs Bett zu springen macht ja auch keinen Sinn hä ich verstehe es jetzt nicht kommen wir so vor als müsste man auf den Zaun springen ja geschafft okay gut jetzt nicht mehr ver- oh nein ich habe auf das rote gedrückt obwohl ich es geschafft habe ja okay gut so hier drauf aufs Bett gönn ja ach nee Köpfe ja checkpoint jetzt sehe ich den Creeper da doch so so ganzen Redstone Sachen nein so und so ja durchrennen wo ist das Ende überhaupt na komm schon einfaches Springer ok ok dieser Block ist nur da da man auf was warte dieser Block ist nur da da man auf Üren keine Checkpoints auf Türen keine Checkpoints setzen kann ok so ok hier drauf wow wow ok ok so gut nein hä warum ich rutsche ab ja nicht mehr rutschen und ja geschafft ok nette und gute Bewertung da lassen so das waren alle Blöcke aus der 1.8 ich hoffe dir hat das jump run Spaß gemacht bitte bewerte fair Bauzeit ca. 3 Stunden oha krass ok das war es dann mit dem Video ich hoffe es hat euch heute gefallen lasst gerne ein Abo oder ein Like da wenn es euch gefallen hat ok das war mein Sales und Ciao tschau